Olli läuft und läuft und läuft. Normalerweise beim Baden-Marathon fürs DRK. Doch aktuell läuft Olli im Garten, wie es sich gehört bei Corona. Sozusagen macht Olli den Hamsterlauf. Das alles macht er nicht nur zum Spaß, denn Olli sorgt mit jeder gelaufenen Runde für ein kleines Geschenk. Für alle Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte und Helferinnen in der Corona-Krise. Statt Hamsterkauf unterstütze den Hamsterlauf und motiviere Olli mit deiner Spende. Jede Runde zählt. So sorgst du für eine Aufmerksamkeit für deine Krisenhelferinnen und Helfer in den Kliniken und kannst endlich mal richtig Danke sagen. Hamsterlauf statt Hamsterkauf mit Oliver Hölzer und deinem DRK-Kreisverband Karlsruhe. Besuche www.ollirend.de Wähle die Anzahl der Runden und hilf mit, den stressigen Klinikalltag ein bisschen angenehmer zu gestalten. So. 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 So.